Ich stehe hier heute bei euch. Armut ist kein Schicksal. Armut ist nicht vorherbestimmt. Armut ist von Menschen gemacht und sie entsteht von der Gier und von der Arroganz der Mächtigen, von schlechter Regierungsführung und schlechter Politik. Heute erheben wir gemeinsam unsere Stimme gegen die Armut und fordern die G8-Lieder auf, mehr an die Kambodschaner und an die weniger Reichen der Welt zu denken. Ja, Kambodja ist wieder da, aber nicht alle. In Kambodja leben immer noch 35% von weniger als 50 US-Cents pro Tag. Fehlende Bildung verursacht Armut. Die Einstellungszahlen steigen, aber jedes zweite kambodschanische Kind beendet nicht einmal die Grundschule. Die Mädchen sind am anfälligsten, aus der Schule herauszufangen, wegen einem Hygieneproblem. Über 10 Millionen von 14 Millionen Kambodschaner haben keinen Zugang zu Hygiene. Oder die Kinder, die Mädchen, müssen zu Hause bleiben, um sich um die kranken Familienmitglieder zu kümmern. Oder Kinder werden in die Prostitution gezwungen. Oder sie müssen arbeiten, um das Familieneinkommen zu erhöhen. In Kambodschaner ist Bildung eigentlich umsonst, gratis. Aber die Schüler müssen oft die schlechten Gehälter der Lehrer zusätzlich bezahlen, die nur 30 Dollar pro Monat bekommen. Auch Krieg verursacht Armut. Und Armut verursacht Krieg. Wir in Kambodschaner mussten wörtlich bei Null anfangen, nachdem fast 2 Millionen Kambodschaner nach dem Roten Khmer getötet worden sind. So auch meine Eltern, mein Vater sofort, als die Roten Khmer die Macht übernommen haben, 1975, und meine Mutter später, als wir im Gefängnis waren, und ich sieben Jahre alt war. Korruption verursacht Armut. In Kambodschaner liegt seit 1995 der Entwurf für ein Antikorruptionsgesetz vor. Zwölf Jahre später gibt es immer noch keinen politischen Willen und immer noch kein Gesetz. Nun sind wir auf Öl gestoßen und haben große Angst vor dem Fluch dieses Rohstoffes. Umweltzerstörung verursacht Armut. Mindestens 30% der tropischen Wälder in Kambodschaner wurden illegal zerstört von den Reichen und den Amächtigen. Landlosigkeit verursacht Armut. Die armen Kambodschaner werden einfach vertrieben, oder sie werden gezwungen, ihr Land billig zu verkaufen, um Medizin zu kaufen. Die Führer der Geacht glauben, sie können über unsere Zukunft urteilen. In Kambodscha versuchen wir gerade, über unsere Vergangenheit zu urteilen, für unsere Zukunft. In Kambodschaner gibt es viel Armut, aber es gibt auch Schönheit. So kommt, besucht uns. Wir brauchen immer noch eure Hilfe. Ich bin ein Rostocker. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.